George William Fred Eric Williers IV. Earl of Clarenan KGGCB war ein britischer Adliger, Diplomat und Politiker. Herkunft und Familie. George Williers war ein Enkel des Thomas Williers I. Earl of Clarenan, dem zweiten Sohn des Earl of Jersey, der 1752 die Erbin des letzten Earl of Clarenan aus der Familie Heid geheiratet hatte. George Williers folgte 1838 seinem Onkel John Charles Williers als Earl of Clarenan. Williers heiratete 1839 Katharine, die älteste Tochter von James Grimston I. Earl of Aulam, mit der er folgende Kinder hatte. Constance Lemniskate 1864 Fred Eric Arthur Stanley XVI. Earl of Derby. Alice Lemniskate 1860 Edward Wootler Wilbraham I. Earl of Leaum. Emily Theresa Lemniskate 1868 Eudore Russell I. Baron M. Thiel. Edward Lortheid. Edward Hyde Williers V. Earl of Clarendon. George Patrick Lemniskate 1884 Luisa Maria Mackay. Florence Margaret Francis Lemniskate 1876 Virginia Katharina Smith. Karriere. Williers besuchte das St. John's College an der University of Cambridge, das er bereits 1820 mit einem Abschluss verließ. Er ging dann für drei Jahre als Attaché an die britische Botschaft nach St. Petersburg. Es folgten dann Jahre im Zollamt sowie an der Botschaft in Paris, bevor Williers 1833 als Botschafter nach Spanien entsandt wurde. Während seiner Zeit dort, die vom Ersten Karlistenkrieg geprägt war, hatte er erheblichen Einfluss auf die liberale Regierung und die Königin-Witwe Maria Christina, die als Regentin herrschte. 1840 wurde er Lord Privisiel unter Melbourne, später dann auch noch Chancellor of the Duchy of Lancaster. Nach dem Sturz der Wicks 1841 war er aktiver Oppositioneller. Unterstützte aber Peel und seinen Bruder Charles Pelham Williers bei der Abschaffung der Cornloss. In der Regierung von Earl Russell bekleidete er das Amt des Präsidenten des Board of Trade 1846 und des Lord Lieutenant of Ireland 1847 bis 1852. In seiner Amtszeit fiel die große Hungersnot in Irland. Die ihm angetragenen Ämter des Generalgouverneurs von Indien bzw. Kanada lehnte er ab, weil er meinte, dann zu weit von der aktiven Politik entfernt zu sein. In der Regierung unter George Hamilton Gordon, 4. Earl of Aberdeen, einer Koalition zwischen Liberalen und Peliten, wurde Williers Außenminister. 1853 war er maßgeblich für die Verwicklung Großbritanniens in den Krimkrieg verantwortlich. So dann wirkte er aber daran mit, den sogenannten Dritter Pariser Frieden zustande zu bringen, durch den dieser Krieg beendet wurde. Mit dem Ende der Koalition schied auch er 1858 aus dem Amt. Erst 1864 übernahm Williers wieder ein öffentliches Amt, nämlich dasjenige des Chancellor of the Duchy of Lancaster in der Regierung Palmerston und war im gleichen Jahr Teilnehmer der Londoner Konferenz. Nach Palmerstons Tode wurde er erneut Außenminister, nunmehr wieder unter Lord Russell. Allerdings schied diese Regierung bereits nach wenigen Monaten aus dem Amt. Letztmals bekleidete Williers in der ersten Regierung Gladstone ab 1868 die K-Sekunden-Amt des Außenministers. Ohne dass in diese Zeit besondere außenpolitische Aktivitäten fielen, er starb 1870 im Amt. Die Earls würde erbte sein ältester überlebender Sohn Edward.